Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei einem regulären Infovideo, hoffe ich jetzt endlich, weil mir ist halt mein PC, falls ihr es nicht mitbekommen habt, komplett abgeschmiert, deswegen gab es jetzt zwei Wochen keine Videos, zwei sehr stressige Wochen lang für mich. Und ich habe jetzt einen neuen PC, also nicht wirklich einen neuen PC, aber halt mehr oder weniger alles ist neu, neues Betriebssystem und Festplatten und alles, außer so Sachen wie Grafikkarte, Motherboards sind nicht neu, aber egal. Es ist auf jeden Fall, ich musste alles neu installieren, bedeutet, ich bin hier noch gerade mit dem Aufnehmen nicht so ganz konform, was heißt, ich habe dieses Video, ich drehe dieses Video jetzt glaube ich zum dritten, dritten oder vierten Mal. Mal, ich glaube es ist das dritte Mal, es könnte aber auch schon das vierte Mal sein, ich weiß es nicht genau, weil erst ist die Kamera asynchron, dann wird das Mikrofon nicht erkannt und ich habe halt immer genau dasselbe gesagt, deswegen tut es mir leid, falls dieses Video jetzt die kürzeste Version ist, auch wenn es die ist, die ihr hoffentlich seht, Daumen drücken dafür. Aber ja, ich habe halt einen neuen Computer und alle neuen Programme konnte ich nicht aufnehmen. Ich habe letzten Freitag oder Samstag hochgeladen, ich glaube es war Freitag, habe ich hochgeladen, dass ich eigentlich morgen oder übermorgen schon euch Videos versprochen habe. Also wird es jetzt leider nicht geben, weil ich übers Wochenende weg bin, bis dato noch nicht aufgenommen habe, weil ich halt alles neu einrichten musste und was außerdem noch kacke ist, komme ich halt erst am nächsten Montag dazu, Nio und Ni no Kuni aufzunehmen. Bei The Walking Dead wird es noch ein paar Tage länger dauern, also ihr könnt, da ich noch eine Folge Nio auf Platte habe und Ni no Kuni recht schnell aufzunehmen geht, sage ich mal, ab nächsten Dienstag, Dienstag den Obacht, 11. September, ab dem 11. September 2018 wohlgemerkt, könnt ihr mit Videos wieder regulär rechnen. Nio und Ni no Kuni zumindest zum, äh, bei The Walking Dead, wird es vielleicht der 13. oder 14. also Donnerstag oder Freitag. Ja, äh, sollte sich meine Stimme jetzt übrigens, nicht nur in diesem, sondern in allen zukünftigen Videos ab jetzt, etwas anders anhören, die Videoqualitäten ticken anders sein oder irgendwas, dann ist es halt dem geschuldet, dass ich jetzt neue Programme habe. Ich habe jetzt statt dem T-MPEG Video Encoder 5, äh, den T-MPEG Video Encoder 6, statt Sony Vegas 13, Sony Vegas 14, äh, eine neue Version von Virtual Dub, eine andere Version von Audacity, äh, andere Mikrofondreiber, weil das jetzt Windows 10 und nicht Windows 7 ist, also, andere Plugins in Audacity, also, wenn es sich meine Stimme an und das anhört oder so, dann ist es der Neuheit geschuldet. Keine Sorge, ihr und hoffentlich auch ich werden mich bald an das alles Neue gewöhnen. Dann würde ich sagen, ich hoffe inständig, die Webcam ist synchron, Audio nimmt auf. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bald, Anfang nächster Woche nämlich, um genau zu sein, wieder mit regulären Videos von Mio, Ni no Kuni und The Walking Dead. Falls ihr euch über, äh, Kerbal Space Program gefragt habt, habt, da weiß ich noch nicht so ganz, ob meine Speicherdaten gerettet werden können, da muss die Datenrettung mir noch morgen oder spätestens Freitag Bescheid geben. Diesen Sonntag definitiv nicht, am 16. dann, also nächsten Sonntag, also in 10 oder 11 Tagen. Da weiß ich noch nicht hundertprozentig, wie es ist, aber zur Not, vielleicht kann ich Save-Dateien irgendwo auftreiben von KSP, oder es wird ein anderes Sonntagsprojekt geben und KSP muss abgebrochen werden. Ich weiß noch nicht genau, ich werde schauen, dass ich da mehr rausfinde. Wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Dienstag zu regulären Videos wieder. Vielleicht kommt da noch ein Ankündigungsvideo, vielleicht nicht. Und natürlich am Freitag, den 14. September, zu einem weiteren Livestream. Ja, bis zum nächsten Mal, sage ich, ich hoffe, ihr seht dieses Video und sollte die Facecam tatsächlich asynchron geworden sein, dann tut mir leid, ihr werdet wahrscheinlich trotzdem das Video dann ohne Facecam sehen, aber jetzt wisst ihr es zumindest schon mal, ich, für mich ist es noch in der Zukunft, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Nioh, Nidokuni, Walking Dead und vielleicht KSP und anderen Projekten. Bis dahin, sage ich, Tschüss, Leute!